die meine batterieleiste flasht gerade ich glaube ich will es nicht schaffen die batterie einfach nicht reich dazu habt ihr das gesehen da war shadow bony da war fucking shadow bony ich glaube ich nicht angeflasht hätte er mich umgebracht hätte mein spiel ich meine nicht umgebracht sondern hätte meinen spiel einfach am abschützten oh mein gott das habe ich noch nie gesehen ich habe es noch nie gesehen miterlebt das schöne bony in dem gameplay oder halt normalen playful wie bei mir einfach so auftaucht es fünf uhr morgens eine batterie leistet einfach ausgehen aus ist leer sie ist leer fach ich bin tot heil monika willkommen dazu nationalsozialismus auf nein tanz verbot skandal die ereignisse überschlagen sich mal wieder gehabt euch wohl euer herr news time gibt mal bei youtube herr reichs time eines lustiges so letzte richtige challenge freddy circuit freddy taucht auf ist genauso wie bonnie und chica ja einfach maske immer wieder aufziehen fox hat immer wieder flash das ding ist aber fox auf 10 das heißt er wird sehr aktiv sein und balloon boy ist auch aktiv heißt wir müssen nach links gucken von der mitte ist das gleiche wie bei freddy und so gold freddy einfach die maske immer aufziehen ihr wisst bescheid heiße müssen auch nicht nach rechts gucken müssen wir müssen immer nur nach links gucken keine ahnung warum wir wollen warum hast du jetzt deine maske aus ok alles klar nicht mehr dann sind alle hier guck mal die beiden sind auf 20 freddy und toyfrey sind auf 20 und foxy balloonball und goldfrey sind auf 10 oh mein gott der gamemaster ist bei mir eingebrochen oh mein gott der gamemaster würde mich anspulen oh mein gott Leute ruft die polizei da ruft nicht die polizei das wäre das wäre viel zu einfach nicht zirke zirkus sagst du was mit absicht ach so zirkus ach so zirkus ich hab ich hab circuit gelesen ich bin dumm sorry was machst du da eigentlich gerade mit mir hilfe fiss dich geh raus heil danny heil danny heil danny heil dir danny what the fuck so jetzt haben wir noch so gefecht gesetzt super kannst du bitte einfach gehen ich bin auf die ganze meiste studio das ist voll peinlich haha danny mach weiter oh nein mach weiter danny mach weiter 110 113 was was denn auf wenn ich rum weiter rum schreie dann hört uns meine mami ah nein auf meine güte da ist er endlich weg ey so beleuchte wieder schon rein 11 117 was denny komm mal rüber zu polen hat mich schon geklaut da kann ich nicht holen egal komm lass was machen wir weiter mit der mit feldys zirkus wir sind jetzt im leute im ziel system zirkus zirkus bogat das ist laut gesagt was habe ich laut gesagt warum sehe ich mir sowas an heil antrex willkommen zum stream oh feldys da umgeben gegen master belästigen mich im stream feldys 3 uhr nacht wer will ok wir werden gebrauen alter morx morx müsste es auch machen denn hier mach weiter nein mach weiter uhr all right so wie viele die beleuchtung ihr müsst jetzt mal sagen es ist mir wichtig sind auch schon das angestellt oder ich habe nur dumm ob es ist wieder da und ich war jetzt viel zu langsam verdammt jetzt nein immer noch nicht alles weggerannt okay und er versteckt sich hier im raum eine morgens schon war es so schnell der balloon war ist jetzt da vielleicht geht der geist hat ich bin toll fertig weg ich schließe mir gleich einen schritt durch bitte habt geduld bin gerade mitten in der horror garme und ich will es schaffen das glaube ich verständlich oder die die Ereignisse überschlagen sich mal wieder ob es nicht mehr ist gemacht was community was ich muss was zu sehen durch diesen moment bitte bleiben sie dran ist der teilnehmer frei ist mark 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 geben mir kommt mir warte eine momente bitte ich bin noch unterwegs in einem video gammel warum es bin ich so langsam hilfe ist nämlich selber verlauf na so wie sie kann ich mir mal deine community ausleihen damit das video mit mit dir geklickt wird heißt das wird jetzt genau machen wo die musik ist ruhig es ist gerade keiner da da jetzt wieder und wären das war zu spät das war zu spät das war zu spät oder nie war es nicht nur was er fast zu spät oder ich glaube da war gerade ein grafikpack mit der batterie weil die ist irgendwie voll komisch und hat so komisch damit so gehabt etwas lehrer gegen keine ahnung was er setzte hier wird kommen wir dem vor im garten der mit aber mag er guckt kommen noch nicht einmal also hat ich meine hat den frühen geguckt natürlich kommen aus gründen wir schieben deine abos auf meinen kanal so nämlich die abos und schieben sie wollen lassen wir schieben sie den wird reichen in den aal was in den uranus in den aranus was was ist das alle was oh yeah hi elektroperfektor habe ich recht mit sie mal gucken wir eigentlich wieder kommen sie mit sie also bisher ist es einfach viel einfacher als ich dachte muss ich ehrlich zugeben ich dachte es wird viel viel schwerer aber nicht so fordert werden mike und vier uhr bis sechs uhr kann noch einiges einiges passieren du hey ho fortneid freunde kommen wir die 2018 und 19 und wahrscheinlich auch die restlichen jahre das ist ja gar nicht mehr aktiv sind wie immer so bei dem kann das sein elektroperfektor ja mann das würde wahrscheinlich drachennot auch sagen in seinem nächsten video was habe ich jetzt nicht laut gesagt das war nur in meinem gedanken drinnen irgendwo als idee also nicht als idee das habe ich gerade gemacht das wollte ich nicht sorry so fünf Uhr morgens ich wollte sagen wird es mal fünf Uhr morgens warte holen so namens so weg jetzt aber ich habe mich sicher ich lasse mich aufladen dann danke das hat ehrenmänner war ehrenmann ich habe gerade nie ich habe mein kopf nie gespielt ich werde mein kopf nicht spielen habe es nie gespielt und werden warum nicht und eigentlich ganz lustig also ich mag mein kopf ich finde wir waren auch so punkte zu mir gesagt haben ja gut mein kopf nicht mehr so das gäbe vom albis mal war aber ich glaube das war nur weil der hype zu ende war und wie alles wieder drunter gelitten hat wegen fortneid ich glaube es hat nur daran gelegen dass ich mein kopf zu viel zeit lang nicht mehr so geil fand weil einfach alle die was in meinem zu tun hatten dann nur noch was mit vorne zu tun hatten und ich bin mit meinen veröffenten ist vor Ort mein leben werden So eine flashback gibt es komplett und da ist auch gleich Aber ich habe vorher noch gesagt easy peasy ihr habt keine chance gegen meine krassen skills am Die Alright was haben wir dafür bekommen danach geh ich noch noch zu den chat Ich habe nur so ein teilweise gelesen was ihr geschrieben habt unser preis für die letzte richtige challenge der letzte challenge das andere ist ja mehr so keine andere kategorie stecken ist freddy freddy alter junge guck mal hier die ganze cast dann haben wir noch ballon und hier toi bonnie das ist doch super das ist doch süß das ist doch süß